Hallo, da sind wir wieder. Ich habe eine sehr gute Nachricht für euch. Wir haben heute eine neue Lieferung bekommen. Die neue Glock Schrägschusspistole, die Glock 17 Gen 5 und die Sig Sauer P320 sind beide angekommen. Ich zeige euch mal, wie die Waffen aussehen. Das hier ist eine Glock. Mit der PTP Nummer 1068. Die Kimme kann man hier auch auswechseln, aber zum Detail kommen wir im nächsten Video. Das werden wir euch oben verlinken. Dann kommen wir zu einer Sig Sauer, die P320. Die gibt es einmal in Schwarz und in Flat Dark Earth. Die wird aber erst im Januar ausgeliefert. Die hat die PTP Nummer 1038. Da werden wir auch ein ausführlicheres Video machen, auch mit dem Sig Sauer Equipment. Auch mit der Uhr. Bei der Sig Sauer ist der Vorteil, das sind ja beides First Edition. Das ist die erste Sig Sauer P320 und die Glock, das ist auch die erste Edition. Das bekommt ihr halt mit dabei, bei der P320. Bei der Glock habt ihr die Griffsteine mit dabei. Der Aufschlussbecher ist bei jeder Waffe dabei. Damit könnt ihr die pyrotechnische Munition verschießen. Jetzt kommen wir zu der Pyrotechnik. Ihr denkt alle, ihr dürft gar nicht dieses Jahr ballern, böllern. Dürft ihr ja auch nicht, ist ja richtig. Das Verschießen von pyrotechnischer Munition ist erlaubt. Natürlich nur auf dem eigenen Grundstück. Vom Böllerverbot oder Verkauf von Böllern ist die Pyrotechnik für die Schrägschusswaffen ausgenommen. Die sind davon nicht betroffen. Die dürft ihr kaufen, auch nach dem 16. Dezember, also heute, morgen oder einen Tag vor Silvester. Wie das bei uns geht, ihr könnt die Produkte online bestellen, noch bis zum 26. Dezember. Dann liefern wir die auch noch vor Silvester oder ihr könnt die direkt bei uns abholen. Voraussetzung, die Ware ist bestellt online und bezahlt. Mit dem Beleg könnt ihr dann kommen, ihr bekommt eine E-Mail, wo ihr die Ware abholen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Daumen hoch. Bis später.